ich habe mir gedacht nach dem jahr des apple pen i have a apple i have a apple pen soviel aufrufe hat habe ich mir gedacht ich zeige heute mal wie ich darauf reagiere auf das video weil das haben ja ein paar andere youtuber auch schon gemacht und ich habe mir gedacht den trennt mal jetzt mit habe ich mir gedacht ja ich reagiere jetzt auch mal auf das video haben wir jetzt den laptop geschnappt das video schon hergerichtet und gleich nach dem intro geht es los mit der reaktion ich glaube so video mit so einer bewegung sollte ich auch mal machen okay 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 Also wenn ihr wollt, dass ich auch mal so ein Video mit so einer Bewegung mache, dann zeigts mir das einfach mit einem Daumen, in dem ihr das in die Kommentare schreibt, also naja. Ich habe mir das Video auch schon x-mal angeschaut und ich habe immer dieselbe Reaktion. Immer muss ich mich totlauen. Schade, dass das nur zu kurz ist. Das hätte der Typ auch ein bisschen länger machen können. Aber es gibt ja auch noch eine andere Version von dem Lied. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Ich zeig's euch einfach einmal. Jetzt weiß es das hier. Gleich geht's los, haben wir noch Werbung. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Ja, das präsentiert so ein Typ und ich weiß nicht ob... mit fennig. Mit Taylor Swift. Mixtus! Im Vaps. Vi apliebe decides die Pieper Athen elasticse und sieas wieder mit der Psych Dynamik! einfach mal wird es nicht sein! Ich curved das hele Tr hallway, ansonstarscheinander zu treten Neuk%, habe ich, was einige Arten ist neu! Entschuldigung, das war jetzt mal die falsche Version und bevor jetzt mein Akku völlig leer wird vom Laptop, zeige ich euch jetzt das Richtige. Das ist noch eine andere Version jetzt. Weiß jetzt aber, dass du das schon kennst. Also wie gesagt, wenn ihr auch mal wollt, dass ihr mit dem Basti so ein komisches Bewegungsvideo macht, dann schreibt es mir in die Kommentare. Na ja, das war es jetzt auch mit dem Akku. So viel dazu. Ich hoffe, das war jetzt die zweite Version. Also wie gesagt, wenn ihr auch mal wollt, dass ich mit dem Basti so ein lustiges Bewegungsvideo mache mit irgendeinem Lied, das wir selber finden, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Und ich habe mir gedacht, als 600 Abonnenten-Special, wenn ihr sowas wollt und das in die Kommentare drin steht, dann denke ich, dass man das bei 600 Abos könnte man sowas machen. Das wäre schon lustig. Also da macht man sich auch nicht zum Affen, denke ich mal. Also ein bisschen Humor sollte man in meinen Kanal schon reinbringen, finde ich jetzt. Und ein bisschen Spaß muss im Leben schon erlaubt sein. Na ja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Und wie gesagt, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr für das 600 Abos-Special demnächst, wenn ihr 600 Abos zusammen habt, auch so ein Video sehen wollt, vielleicht mir unten Basti. Da lassen wir uns dann was einfallen, weil bei 600 Abos lassen wir es schon mal krachen. Und ihr könnt mir in Twitter und Instagram folgen, mit Facebook. Ich glaube, das lassen wir mit Facebook. Ich komme da einfach nicht mehr rein. Na ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Und ansonsten möchte ich euch einen schönen restlichen Sonntag. Und für morgen einen guten Start in die neue Woche. Habe die Ehre, wir sehen uns.